Blut! So viel Blut! Kann ich sie vielleicht schnell weghabesten, bevor er was macht? Nein, ich wollte doch gar nichts. Ich hab noch nicht mal dran gedacht, ehrlich. Nein. Ja! Komm her, komm her Little Sister! Scheiße! Mit was schießt du? Vor allem, was liegt da? Ich muss da nicht kurz stehen. Aaaaah! Aaaaah! Das sind... Ficken! Fast! Scheiße! Soll ich ihn zufrieden lassen, ja? Ja, du kannst noch mal mit dem... ...freezen... Du kannst dich ja neben dir stellen. Er hat ja nichts gemacht. Und er hofft nichts. Nämlich dieses Little Sister stand, ...freezen... ...und harvisten. Beziehungsweise ja nicht harvisten. Ja, also... ...befeinden ihn. Komm her, komm her! Du kannst doch noch neben mir Little Sister sein. Ja, wie denn wenn der davor steht? Aaaaah! Dann musst du das halt so... Schon bin ich weg. Das hat mich jetzt... ...und ihn hat's nicht gestört. Jetzt bin ich komischerweise wieder in einer Vita-Chamber. Jetzt rennt man ja nicht davon. Jetzt rennt man ja nicht davon. Wo sind sie denn jetzt? Im Zweifelsfall immer hinter mir. Oh, was bist du für'n Freak? Hä, wieso filmen? Filmlos. Ich kann hier nichts tun, solange der... Ach komm. Hallo? Kannst du mal den Splicer da töten? Du... Du... Ist er denn dein feiges Viech? Natürlich! Aber wisst ihr was? Ich geh jetzt einfach. Ich hab ja keine Lust mehr auf die Scheiße. Ich hab ja keine Lust mehr auf die Scheiße. Was ist jetzt damit auf sich? Ich hab ja keine Lust mehr auf die Scheiße. Die auf mich fuckt, aber... Wieso kann ich... Es beginnt mich echt zu langweilen hier. Du wirst eigentlich, dass wir bisher schon gelandet? Potenziell ja. Das ist halt wirklich komisch. Das wird schon mal nachdenken. Wieso? Hier ist es nicht nur hier. Und jetzt ist es ein paar Geys, Wieso ist es nicht gut? Das ist nicht nur hier. Das ist ein paar Geys. Aber ich hab ja nicht nur hier. Es scheint mir zu sein. Ich kann nicht helfen, dass Gott mich verletzt hat, für mich zu bringen und Patrick zu diesem Ort zu bringen. Ich dachte, das wäre ein besserer Leben für uns. Kannst du dir vorstellen, wie ein größer Mensch ist das? Er hat er dann! Er hat er dann! Stopp! 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 Wer brüllt denn da? Unglaublich. Die Little Sisters Orphanage. In troubled times, give your little girl the life that she deserves. Boarding and education, free of charge. After all, children are the future of life. Ich habe mich auf den 1.5. Bevor es ist. Aber ich bin nur auf die Plane. Wart ihr siehst? So? Wer ist das? Oh nein, 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 nein... Da waren die Frames, got'em Kelly... Ah, Mann... Ah, der erste ist auch. Nein, nicht der erste, aber... He puts on silverware and the like. Halt doch mal die Fresse. If that's at price, you're gonna have to pay us. We can't very well take your plasmas away now, can he? Okay. Okay. Was sind gute Angriffsbringer? Die hab ich eigentlich alle schon, ne? Die brauchen wir nicht. Was wird's da mit Ausdruck? Da hab ich kein zusätzliches. Ranch Chucky. Nein, die muss ich ja eh abliefern. Also, safen. Dann legen wir unsere Waffen ab und dann schauen wir mal, was der Typ da von uns eigentlich will. Ach, die darf ich behalten. Ist aber sehr genial. Ich bleib aber lieber beim Bitsort. Da sind wir bei mir, wenn wir hier alles wegschmelzen. Brennender Schnee. Awesome. Oh nein. Oh nein. Was ist das? Ich glaube ich staffiere mich hier mal aus. Ich glaube ich kriege einen Moment.